Musik Und es war einer und es war keiner und außer Gott gab es niemand. Oder es gab einen Tag und es gab keinen Tag und außer Gott gab es niemand. So fangen die Märchen an, meine Damen und Herren, dort im Orient, in Persien, in Aserbaidschan, im Reich der Osmanen, in Arabien. Draußen ist es kalt, unter einem halbhohen Tisch glüht ein Feuer. Die Zuhörer haben ihre Decken so um den Herd geordnet, dass die Wärme bewahrt wird, zu ihnen streicht. Sie hören dem Erzähler, der Erzählerin zu, die wie immer mit den Worten beginnt, es gab einen Tag und es gab keinen Tag und außer Gott gab es niemand. Am Ende fragt der Erzähler seine Zuhörer, wer ist noch wach, wer schläft schon? So oder so ähnlich zumindest dürfen wir uns, verehrte Damen und Herren, die Entstehungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte jenes Werkes vorstellen, das wir alle als Kinder, oft leider nur als Kinder, unter dem Titel Tausend und eine Nacht erzählt, vorgelesen bekamen. Märchen aus einer nur dem Traum nach vertrauten Welt, in der Geister aus Flaschen entweichen, ein Sintbad, die Seefahrer das Fürchten lehrt, Teppiche durch Lüfte fliegen können, ohne dass dem Passagier ein Haar gekrümmt werden kann, naja, ein Haarschon. Märchen, sagen Sie an dieser Stelle, meine Damen und Herren, doch was haben die in einer Sendung über Literatur zu suchen? Daher komme ich noch einmal auf den Anfang zurück. Es gab einen Tag und es gab keinen Tag und außer Gott gab es niemand. Der Anfang eines jeden Märchens aus diesem Blickwinkel erzählt uns, dass wir es mit einer Handlung außerhalb der Zeit zu tun haben. Die Geschichte ist zeitlos und das Erzählen, das ist, wenn Sie so wollen, tatlos. Wir erzählen von Schicksalen, von Verhängnis, von Glück. Nein, nicht wir. Das besorgt uns die sagenumwobene Scheherazade, die Heldin der Rahmengeschichte, für jene berühmte Sammlung von Märchen, die einen eifersichtigen König um seinen Schlaf brachte. Scheherazade heißt jene sagenhafte Märchenerzählerin. Sie ist die Tochter eines Vesiers, eines Staatsministers, eines hohen Staatsministers, die Nacht für Nacht den König mit einer neuen Erzählung davon abbringt, ein Blutbad anzurichten. Märchen können auf Blut nicht verzichten, daran hat sich bis auf unsere Tage wenig geändert. König Scharia, Herrscher über die Sassaniden, ist von seiner Frau betrogen worden. Seiner Frau, die sich mit einem Mohren eingelassen hat, ausgerechnet mit einem Mohren. Aus Rache am weiblichen Geschlecht leistet der König einen fürchterlichen Schwur. Er will fortan Nacht für Nacht eine andere Jungfrau in sein Gemach bringen und sie am Morgen von seinem Henker töten lassen, sodass sie keine Gelegenheit hat, ihm wie seine erste Gemahlin untreu zu werden. Hier an dieser Stelle greift Scheherazade ein. Sie bittet ihren Vater, den Großvizier, um Erlaubnis, sich als Erste mit dem König vermählen zu dürfen, um gleichsam auch dann dessen erstes Opfer zu werden. Oder, und das ist natürlich ihr heimlicher Plan, dem unheilvollen Treiben des Königs ganz zum Anfang schon ein Ende zu bereiten. Sie wird also dem König eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die so spannend ist, dass der Herrscher einfach wissen muss, wie sie später ausgeht. Und da Scheherazade immer dann abbricht, wenn die Spannung ihren höchsten Punkt erreicht hat, wenn der König aber auch schon gerne schlafen würde, das ist ja schon früher Morgenhähne und so weiter, zu diesem Zeitpunkt, wo ihre Hinrichtung bevorsteht, unmittelbar bevorsteht, muss König Schariar, die schöne, wortgewandte Erzählerin, leben lassen. Ein Sieg also, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, ein Sieg der Kunst, der Literatur, über die niedersten Instinkte des Mannes, des Herrschers. Ein Beweis, dass Dichtkunst Leben retten kann. Heute reden Drehbuchschreiber bei Serien plakativ und schnöde von einem Cliffhanger. Und die wenigsten dieser Kollegen wissen, dass dieser entscheidende, dramatische Trick von der Königin, der hohen Königin ihres Gewerbes eingeführt wurde, damals in Arabien oder in Persien. Und mehr noch, Dichtkunst kann die soziale Ordnung aufheben. Dichtkunst und das Märchen. Wir haben am Anfang davon gesprochen, wie durch den Zauber des Wortes die Zeit aufgelöst wird. Es gab einen Tag und es gab keinen Tag und außer Gott gab es niemand. Scheherazade setzt ja auch die Zeit außer Kraft. Und entsprechend heben ihre Märchen auch alle Regeln der Gesellschaft, alle Konventionen aus den Angeln. Der arme Schlucker, der sich sein Leben lang geplagt hat, wird plötzlich reich. Der mächtige, unangenehme Mächtige verliert an Einfluss und an Vermögen. Der Schwache besiegt den Starken, legt ihn auf den Rücken. Oder er fliegt auf einem Teppich davon. Sie kennen die Beispiele, meine Damen und Herren, genauso gut wie ich, haben gewiss auch eines oder das andere ihrer Lieblingsmärchen noch im Kopf. Und sie wissen auch, dass die Geschichte schließlich gut ausgeht. In einer der zahlreicheren Versionen dieses Textes, Scheherazade heiratet den König und der dankt seinem Gott. Keine Rede mehr von Jungfrauenmord. Darf ich Ihnen einige der Episoden ins Gedächtnis rufen. Die Geschichte des kleinen Handlangers Aladin vielleicht, der von einem bösen Zauberer betrogen wird, in einer Höhle eine Öllampe findet, entdeckt, dass in der Lampe ein Geist steckt, jawohl, ein Gin, der seinem Befreier dankbar ist, unbeschreibbar gute Werke für ihn verrichtet, sodass Aladin bald reich und mächtig wird. Und Höhepunkt einer männlichen Glücksvorstellung, die Tochter eines Sultans heiratet. Oder wie wäre es mit Ali Baba und die 40 Räuber? Wieder so eine Geschichte von einem gesellschaftlichen Nobody, diesmal einem Holzfäller, dem es nach und nach und mit der Hilfe einer äußerst gewitzten Sklavin gelingt, einer ganzen Räuberbande, mehr als 40, das Handwerk zu legen und der dann natürlich wieder in einer versteckten Höhle vor eine Wand tritt und die unvergesslichen Worte spricht, Sesam, eröffne dich. Die Folgen sind Ihnen, verehrte, zu sehr bekannt. Aber erinnern Sie sich bitte auch daran, dass diese kluge, gewitzte Sklavin für ihre Hilfe belohnt wird. Die gute Tat findet ihren Dank. Die Sklavin wird freigelassen und in die Familie von Ali Baba eingeheiratet. Talente darf man nicht verschwenden. Dann hätten wir noch den mächtigen Kalifen Harun al-Rajid. Im Angebot jener sagenhafte Politiker, der sich im Bettler gewandt und das Volk mischte, weil er seinen Meinungsforschern nicht traute und lieber selbst herausfinden wollte, wie die Stimmung denn im Lande war. Im wirklichen Leben als historische Figur war jener Harun al-Rajid übrigens ein eher unangenehmer Zeitgenosse, brutal und rücksichtslos. Irgendwie schaffte er es, sich im Märchen verklären zu lassen. Ein Traum, dem sicherlich auch andere Politiker nachhingen und nachhängen. Sindbad, der Seefahrer, um hier eine letzte Figur zu nennen, in der kühne Bezwinger der Meere, der immer wieder Schiffbruch erleidet, immer wieder ein neues Geschäft wagt, mit Göttern und Geistern ringt, bis ihm endlich ein glückliches Auskommen beschieden ist. Es ist bei dieser Figur übrigens nicht auszuschließen, meine Damen und Herren, dass das erzählerische Vorbild für diesen Sindbad keineswegs ein Perser oder Araber gewesen ist, sondern der berühmte chinesische Kapitän Zheng He. Denn so wie die Stoffe wanderten, wurden damals im 11., 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert auch Handelsgüter bewegt. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, den Prozess Globalisierung zu nennen. Doch es war eine Selbstverständlichkeit, dass etwa bei schönsten Vasen die Farben aus Persien und das Porzellan aus China stammte. Und mit den Geschichten, mit den Märchen verhielt es sich genauso. Deswegen, meine Damen und Herren, deswegen betrachten Literaturwissenschaftler die Geschichten aus Tausend und einer Nacht nicht als ein einheitliches Werk, sondern als eine Art Erzählteppich mit Motiven, deren Älteste wohl indischen Ursprung sind, die dann aber, dann aber, heißt hier nach dem 9. Jahrhundert, in Persien und den arabischen Ländern weitererzählt, ausgebaut, umgestellt wurden. Erlaubt war alles, was dem Publikum gefiel und die Zensur gestattete, die politische Zensur. Oder wie hierzulande die Prüderie. In Geschichten, die im Schlafzimmer eines Königs erzählt werden, kommen der Natur ihrer Stoffe nach selten völlig ohne Erotik aus. Zu uns nach Europa kam die Sammlung im frühen 18. Jahrhundert und sei durch einen Orientalisten, den Franzosen Antoine Galland, der unter nie ganz geklärten, sagen wir, märchenhaften Umständen, die älteste schriftliche arabische Version erworben und dann übersetzt hat. Nun, übersetzt nicht im striktesten Verständnis dieses Begriffes. Galland war nicht nur Akademiker, er war auch selber Erzähler. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass die Geschichte von Ali Baba und den 40 Räubern gar nicht aus einer geheimen Felsenhöhe im Orient stammt, sondern aus dem Schreibzimmer eines französischen Orientalisten, der eben mehr sein wollte als eben nur Übersetzer. Mittlerweile gibt es so viele Übersetzungen, Nachtdichtungen, Adaptionen für die Oper, das Theater, den Film, dass uns der Stoff vertraut ist, als sei er unserer eigenen Fantasie entsprungen. In Ländern mit einer scharfen Zensur nahm man die unschuldige Form eines Märchens aus Tausend und Einer Nacht auch gern zum Vorwand, um auf politische oder kulturelle Missstände im eigenen Land hinzuweisen. Französischer Philosoph Voltaire machte damit den Anfang und zählige Intellektuelle folgten dann seinem Beispiel, schrieben sogenannte Briefe aus Persien, später auch aserbaidschanische Volksmärchen. Oder denken Sie an Marcel Proust und seinen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Proust war auch von dieser heimlichen Sehnsucht erfüllt, ein gleichsam unendliches Werk zu verfassen, ein Werk eben wie Tausend und eine Nacht. Wobei das Wort Tausend, wie im Arabischen, nicht für eine konkrete Zahl steht, sondern für betörende Vielfalt. Sagen Sie also, meine Damen und Herren, in Zukunft nie abfällig, das sind doch Kindermärchen. Denken Sie vielmehr an das Glück, die Grenzen von Raum und Zeit aufzuheben. Denken Sie an den Märchenerzähler, der mit leiser Stimme fragt, wer ist noch wach, wer schläft schon? Der eine letzte Geschichte erzählt, die vielleicht diese mit dem Mädchen ist, dem Mädchen, deren Füße aus Espen, deren Kopf aus Glas war. Denken Sie an den Märchenerzähler, der dann mit den Worten schließt, niemand war wieder da. Endlich ist alles nichts. Jetzt könnt ihr schlafen. Denken Sie daran, dass wir gemeinsam träumen und davon erzählen können und dass darin ein großes Glück beschlossen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017